CDU-Politiker fordert die Einführung einer einheitlichen Renten- und Sozialversicherung. Was ist denn mit der CDU los? Gibt es jetzt eine Rentenrevolution? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, es gibt sogar mal von der CDU mal was ganz Tolles zu hören. Und zwar hat, ich zeige es Ihnen gleich, dass Sie das auch wirklich glauben, was ich Ihnen erzähle, hat der CDU-Politiker Whittaker, Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, gesagt oder gefordert, alle sollen zahlen in die Rente und Sozialversicherung. Alle sollen zahlen, meine Damen und Herren. Das ist ja mal ein Paukenschlag aus der CDU. Das klingt ja beinahe nach einem revolutionären Konzept, das der baden-württembergische CDU-Politiker Kai Whittaker aus dem Bundestagswahlkreis Rastatt zusammen mit dem CDU-Mann Markus Reichel aus Sachsen vorschlägt. Und zwar sagen beide, alle sollen zukünftig in die gesetzliche Sozialversicherung einzahlen. So heißt es in dem Papier. Der Vorschlag zielt damit, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nicht nur auf die Rentenversicherung, sondern auch auf die Kranken-, Pflegen-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. In dem Papier heißt es auch, dass alle Einkünfte eines Jahres herangezogen werden sollen und Sozialversicherungsabgaben bezahlt werden sollen. Es soll dabei nicht mehr unterschieden werden, ob es sich hierbei um Geld in abhängiger Beschäftigung, selbstständiger Tätigkeit oder durch Kapitaleinkünfte handelt. Denn durch Digitalisierung, demografischen Wandel würden der Sozialversicherung Einnahmen wegfallen und die würden verlieren, heißt es in dem Papier. Und der Vorschlag dient letzten Endes dazu, mehr Sicherheit und Stabilität in der Sozialversicherung zu erreichen. Meine Damen und Herren, die beiden Herren haben doch mal eine richtig gute Idee und dass sie noch von der CDU kommen, ist natürlich sensationell. Und der Hintergrund ist, beide wollen mehr Netto vom Brutto, finde ich auch nicht schlecht. Das heißt, gerade die unteren Einkommensschichten, die mittleren Einkommensschichten sollen entlastet werden. Beide wollen erreichen, dass wenn alle in die gesetzliche Rentenversicherung, Krankenversicherung, Sozialversicherung einzahlen, dass dadurch der Sozialversicherungsbeitrag insgesamt unter 30 Prozent sinkt. Heute sind wir ja bei 40 Prozent. Also das ist ja schon mal eine richtige Hausnummer, 40 Prozent. Und dem Vorschlag zufolge würden auch selbstständige Freiberufer, Personen mit Kapitalvermögen und Beamten verpflichtet werden, Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. Meine Damen und Herren, die sagen es beide richtig. Je kleiner der große Teich ist, je kleiner der große Teich ist, sozusagen je mehr also in die Rentenkasse einzahlen, in die Krankenkasse einzahlen, in die gesetzliche, umso sicherer werden die Sozialversicherungssysteme. Es ist natürlich auch klar, dass hier die Frage der Verfassungsgemäßheit zu prüfen ist. Das hat auch Wittiger schon mal problematisiert und hat auch gesagt, naja, das müssen wir dann mal richtig prüfen, die ganze Geschichte. Denn bei der Arbeitslosen- und Rentenversicherung gilt das Prinzip, wer mehr einzahlt, bekommt auch mehr. Das nennt sich das Äquivalenzprinzip. Bei der Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung haben wir natürlich dieses Problem nicht. Denn die Leistung aus der Versicherung hängt nicht von der Höhe der Einzahlung ab, meine Damen und Herren. Das Problem mit der Äquivalenz, Wittiger und Reichel einfach lösen, indem man sagt, habe ich auch schon immer gesagt, Beitragsbemessungsgrenze einfach abschaffen. Und damit haben wir sozusagen, können wir von hohen Einkünften auch mehr Beiträge fordern. Und die haben natürlich dann auch das Recht, höhere Leistungen zu bekommen. Jetzt wird man natürlich wieder sagen, naja, wenn jetzt mehr einzahlen, dann hat ja die deutsche Rentenversicherung und die gesetzlichen Rentenversicherungsträger müssen ja dann auch mehr Leistung bringen. Ja, das ist ja völlig normal. In einem umlagegeführten System ist das so. Und wir freuen uns über jeden Arbeitnehmer, den wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Warum sollten wir uns dann nicht auch über Beamte, Politiker und Selbstständige freuen? Also das habe ich bis heute nicht begriffen, dass es hier sozusagen da eine rote Linie geben soll. Die im Übrigen gleich der Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Aktion zieht. Der sagt zwar, toll, man soll ja mal einmal out of the box denken und ausgetretene Pfade verlassen. Aber mehr Belastung schließt er aus. Es gibt natürlich eine rote Linie. Ja, Herr Frey, welche rote Linie meinen Sie denn? Wollen Sie aus konservativen Denkmustern heraus immer noch dieses System, was ja ihr Konrad Adenauer mit verbockt hat, im Grunde genommen hier weiter beibehalten, dass nur Arbeiter und Angestellte in die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung einzahlen? Oder können wir nicht endlich mal die Tür aufmachen für alle? Das ist doch die ganz große Preisfrage, Herr Frey. Und die Frage sollten Sie doch mal im Rahmen der Demografieprobleme, die wir in Deutschland haben, einfach mal beantworten. Also, meine Damen und Herren, ich finde ein total interessanter Input, schließe mich der Auffassung vom Sozialverband Deutschlands an, die nämlich sagen, aha, nicht schlecht, was die beiden CDU-Herren hier anbieten. Und deshalb ist das schon aus meiner Sicht eine kleine Revolution. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch für eine gesetzliche, einheitliche Kranken-Renten-Sozialversicherung sind, in die alle einzahlen sollen, dann heben Sie doch einfach den Daumen hoch und kommentieren Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal Rentenbescheid24.de und abonnieren, wenn Sie möchten, auch gerne unseren Kanal. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und natürlich auch mit den Überlegungen dieser CDU-Revolution, einheitliche Rentenversicherung, eine wunderbare Restwoche. Ciao, Ihr Rentenberater Peter Knöppel.